Guten Morgen, ich bin mal wieder mit dem Bulli unterwegs. Ich fahre heute morgen zur TÜV-Station nach Lübeck. Und zwar hat der TÜV Nord dieses Jahr 150-jähriges bestehen und da soll wohl heute Deed Müller hinkommen. Den kennt man ja auch aus dem Fernsehen, aus verschiedenen Sendungen und ja, ich bin mal gespannt, was er da so zu erzählen hat. Das Wetter ist leider ziemlich mies. Der Wetterbericht kann man sich auch mal wieder nicht drauf verlassen. Eigentlich hieß es heute Morgen soll es noch einigermaßen trocken bleiben, aber ja, die Kiste ist, ich sage mal, komplett nass geworden und ja, ist aber jetzt egal und ich fahre jetzt auf jeden Fall hin. Bin mal gespannt, wenn ich da alles so treffe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 You're in a toxic relationship Time to be free Bye Bye Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018